Tiger Spot, ja! Sehr schön! Okay, super! Fertig! Weiter! ... ... ... ... ... Und noch einmal in die andere Seite. Das war ein bisschen kurz. Sehr schön. 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 Super. Sehr schön. Sehr schön. Natürlich, ja. Er kann es ja. Erstmal gucken. Denk dran, du musst noch eine Beinmassage machen. Hast du gehört? Ja, und dieses, er läuft hinter dir und du machst den Chicken Man. Ich wusste nicht, ob du das noch weißt. Sehr schön. Super, super. Jetzt fließt du auch, gell? Ja. Hast du? Und Jojo. Komm, mach, mach, mach. Du hast nur 10 Minuten. Also nicht mehr. Keine Zeit zum Fröhlen. Ja. 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 Ich habe mich fast befürchtet. Sieht man es noch? Ne. Es muss eine bestimmte Größe haben. Mach weiter. Mach Chickenman! Mach Chickenman am Zaun! Mach Chickenman am Zaun! Ja! Aber zum Squeezen nehmt ihr zwei Tonnen! Okay, go, go, go! Hu, ha! Kallium. Ok, Jaca. Kallium. Hu, ha! Waha. 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 Und Jojo noch, dann hast du es. Was machst du als Jojo? Über die Stange. Über die da hinten? Nicht so nah, gell? Sieht man die hier? Nee. Nimm dir irgendeine, ich kann mich bewegen, ist egal. Aber mach jetzt, du hast keine Zeit mehr. Ja, dann nehme ich sie vor dir. Weil mit... Ja, mit. Ja. 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 Richtig drüber? Ja. 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 Ja.